Jo, schönen guten Tag, Jan Linke hier. Ich sitze hier gerade so vor meinen vier Zeiten, die ich euch ja in der letzten Folge auch schon mal vorgestellt hatte und ja, eignen sich eigentlich ganz gut dazu, um sich einfach mal so ein bisschen davor zu setzen, zur Ruhe zu kommen. Das wird eine Weile dauern, bis die fertig sind. Ich will mir da Zeit lassen, auch ein paar Wochen andere Sachen in Arbeit. Das ist jetzt so ein langer Prozess, bis die fertig werden. Ich werde euch da schon mal ein bisschen dran teilhaben lassen, an der Arbeit daran, auf jeden Fall. Die Bilder eignen sich übrigens auch ganz gut, um da einfach mal so ein bisschen so ganz Suche so durchzusurfen und so sich selbst zu finden, gewissermaßen. Als musikalische Begleitung habe ich da Ronin Keizen am Start. Ich habe einen alten Song noch gefunden von dem auf meinem PC und der wird auch glorreicherweise Musik machen bei meiner nächsten Eröffnung am 12.05. Schöne Grüße, das wird ein gutes Ding auf jeden Fall und ja, wir legen einfach mal los. Schöne Grüße, das wird ein gutes Ding auf jeden Fall und ja, wir legen einfach mal los. Schöne Grüße, das wird ein gutes Ding auf jeden Fall und ja, wir legen einfach mal los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020